Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal! Heute starten wir endlich ein neues Projekt, nämlich das Nachfolgerprojekt von der 100 Baby Challenge, die nach 4 Jahren zu Ende ging. Und ich spanne euch nicht weiter auf die Folter, wir spielen die Runaway Teen Challenge. Und jetzt zeige ich euch unsere süße Amaya Roberts. Sie ist die Tochter von Elaine und Mizuki Roberts. Mit diesen Sims haben wir damals im Andi-Uni-Let's Play gespielt. Aber jetzt fragen wir uns, was ist die Runaway Teen Challenge eigentlich? Ich werde nach diesen Regeln spielen. Ich werde die auch in der Beschreibung verlinken. Wir dürfen natürlich erstmal kein Haus oder sowas haben. Obviamente es geht darum, dass da ein Sim ja weggelaufen ist von der Familie. Deswegen haben wir auch null Simoleons. Hier steht auch, dass wir unser Handy auf Silence stellen sollen. Wir werden natürlich schon sagen, dass wir zumindest so ein bisschen Access haben können. Also, dass wir quasi nichts annehmen, aber dass wir auch mal ins Internet gehen können. Weil ich meine, es gibt halt sowas wie mobile Daten oder so. Und ich glaube nicht, dass sie das so komplett wegwerfen würde. Wir können natürlich keinen Job haben, weil wir jetzt gerade noch kein richtiges Haus haben. Und ich meine, für einen Job müsste man ja irgendwo wohnen. Offiziell gemeldet sein. Und das sind wir ja nicht. Wir dürfen nicht mit Erwachsenen interagieren. Also bis wir dann selber junge Erwachsene sind. Wir können natürlich öffentliche Grundstücke besuchen. Wir können Geld verdienen, wie wir wollen, nur halt eben nicht mit einem Job. Und wir gehen natürlich nicht zur Schule. Weil wenn wir schon weggelaufen sind, dann schwierig, schwierig. Und hier steht noch, dass man jedes Mal, wenn man reist, dass man da halt Geld abziehen soll. Ich würde das aber halt innerhalb der Städte machen und nicht innerhalb von derselben Stadt. So, you know. Wenn ich überhaupt dran denke, weil mein Gehirn ist manchmal ein bisschen wild. Aber ja, das sind tatsächlich auch schon alle Regeln. Wir werden uns daran halten. Meine Storyline ist, Sie kennt tatsächlich nur ihre Familie und diesen mysteriösen Jeremy Johnson. Die beiden hassen sich sehr, aber die haben eine romantische Ebene. Ich denke, dass es sehr sexuell ist und nicht unbedingt romantisch tatsächlich. Und trotz dessen, dass sie sich eigentlich gar nicht abkönnen, hatten die halt immer mal wieder was miteinander. Und Mizuki und die Lane fanden das natürlich gar nicht gut. Sie waren vielleicht auch der Meinung, dass Jeremy kein guter Einfluss ist. Und deswegen ist Amaya weggelaufen. Weil sie natürlich nicht einverstanden damit ist. Und ja, es tut mir leid, dass ich so viel rede. Wir wollen natürlich heute auch noch ein bisschen spielen. Wir sind hier in Windenburg, weil ich dachte, ich fand das am realistischsten, dass sie erstmal reist und schaut, wo kann man vielleicht noch halbwegs gut unterkommen. Hier sind zumindest dann auch Bänke und so. Also ja, wir versuchen natürlich erstmal irgendwie Geld aufzutreiben, weil wir möchten natürlich zumindest ein Zelt oder so. Ich überlege, wie machen wir das denn? Weil wir haben natürlich dieses Zelt. Also das finde ich natürlich an sich schon richtig cool. Aber wir haben ja auch dieses hier für 500, dieses coole Zelt, wo man dann sowas drunter stellen kann. Aber ich glaube, das wäre was für ein bisschen später. Ich glaube, das Zelt ist erstmal schlauer. Ja, jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir an Geld? Ich habe keine Ahnung, was es hier so gibt. Wir dürfen mit Erwachsenen nichts zu tun haben. Diesen Partner gibt es natürlich auch quasi, damit es eventuell so ein bisschen Struggle gibt. Ich stelle erstmal das Handy auf laut los. Oh, das ist sogar ein Teenager. Lol. Ich darf halt gerade sagen, sie darf mit ihr gar nicht reden, aber I don't know. Und wir müssen noch die Schule. Wir dürfen nicht zur Schule gehen, aber wir können nicht einfach abbrechen. Dann müssen wir erst zur Schule laufen und dann da abbrechen. Weil I guess, das geht so einfach nicht. Gut, dann brechen wir halt morgen die Schule ab und sie muss sich umziehen. Sie ist, wie ihr seht, ein relativ stylischer Sim. Deswegen wird das natürlich ein bisschen wild. Sie hat natürlich jetzt einfach ihre Kleidung erstmal so zusammengepackt. Aber sie wird natürlich auch schnell merken, mit der Kleidung ist es vielleicht nicht so cool, auf der Straße zu leben. Noch ist sie ja sehr happy. Aber wie lange wird das so bleiben? Begrüßungskomitee, ich glaube nicht. Man kann da nur Münzen einwerfen. Das wäre cool, wenn man da so das Geld einfach klauen könnte. Okay, hier kann man angeln. I guess, das könnte eine Option sein. For now. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie das jetzt unbedingt tun würde. Ich meine, hier ist auch jemand, der ein Bild malt. Aber ich finde, das ist auch immer ein bisschen cheaty, wenn man einfach so Gemälde von fremden Leuten verkauft. Boah, hier ist ein Klo. Geil. Das finden wir schon mal sehr gut. Aber sie denkt sich halt so, ja, hier in der Stadt chillen ist natürlich eine Möglichkeit. Ist ja kein Problem, hier zu leben. Denkt sie sich so, warum sind ihre Füße im Wasser? There is no water. Right there. Hello. Aber sie ist so krass hübsch. Mal gucken, wie lange sie noch happy sein wird. Vielleicht gefällt ihr dieses Leben auf der Straße ja auch. Aber ich glaube, dass das für sie wild wird. Dieses Let's Play hat übrigens keine bestimmte Anzahl, wie viele Folgen wir machen. Wir machen einfach so lange, wie wir Lust haben. Wir versuchen einfach, ihre Geschichte zu erzählen. Und dann schauen wir einfach mal. Habe ich die Alterung aus? Oh mein Gott, sie hat eine Kuhpflanzenbeere. Geil. Ich würde die ehrlich gesagt einpflanzen. Wir wollen alle, wir machen mal auf normal. Und gucken dann mal. Wann hat sie dann Geburtstag? Zweieinhalb Wochen. Vielleicht stellen wir es doch auf lang. 84 Tage? Okay. Also das ist dann auch wieder sehr lang. Wir machen es einfach, wenn wir uns danach fühlen. Wir können es ja erstmal auf lang lassen. Und dann werden wir vielleicht irgendwann das umstellen oder so. Weil ich will jetzt auch nicht in den Einstellungen von MCC rumspielen. Weil das ja dann auch in den anderen Spielständen das Ganze verändert. Und das möchte ich halt nicht. Sie hat einen Fisch. Sie ist so gut. Ein Diskusfisch. Aber wir werden auf jeden Fall diese Kuhpflanze einpflanzen. Ich habe richtig Bock auf sie. Das ist unser Only Friend einfach. Ist halt Herbst. Ist halt ein bisschen scheiße vielleicht. Aber egal. 18 Simoleons. Hör mal. Ist schon fast gut. Fast reich sind wir. Na ja. Noch kann sie sich das ja leisten. Jetzt friert sie. Eben war noch warm. Jetzt ziehen wir jetzt vielleicht das Dicke an. Wow. You are so pretty girl. Wenn ihr wissen wollt, wie sonst so ihre Outfits und so sind. Wir haben ein Video für ihr Umstyling gemacht. Gemeinsam. Wo sie noch bei ihren Eltern lebte. Weil da war mir schon bewusst, dass ich mit denen spielen möchte. Aber ich wusste noch nicht was. Und jetzt sind wir hier in der Runaway Teen Challenge. Ich hoffe auch, euch gefällt das Logo. Ich habe mir sehr viel Mühe dafür gegeben. Toll, jetzt steht sie hier im Regen. Sie denkt sich so, vielleicht ist das doch nicht so das Leben, was ich mir gewünscht habe. Es ist der erste Tag und sie ist natürlich erstmal in Ordnung damit. Ich denke, unser langfristiges Ziel wird sein, dass wir irgendwann wieder Kontakt zu unseren Eltern aufnehmen werden. Aber vielleicht so, dass sie dann auch zeigen kann, ja ich bin weggelaufen. Das war eine scheiß Situation. Aber guck mal, was ich alles erreicht habe. Also ganz alleine, ohne eure Hilfe. Und ja, vielleicht finden die dann wieder zueinander. I don't know. Ich meine, so ein bisschen müssen wir ja auch schauen, was das Ganze hier bringt. So, sie pflanzt jetzt erstmal die Kuhpflanze ein. Und wir verkaufen mal diesen Fisch. Ich glaube, hier waren irgendwo auch Grills. Deswegen können wir dann vielleicht auch was zu essen machen. Ja, okay, die haben die Gemälde hier eh nicht beendet. Aber wahrscheinlich auch, weil es regnet. Wir können ja leider nirgendwo wühlen. Süß. Ich hatte schon ewig lang keine Kuhpflanze mehr. Deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Aber noch kriegt die keinen Namen. So, wo war das Toilettenhäuschen? Da unten. Auf geht's, ab geht's. Hier muss es doch irgendwo Grills oder so geben. Kann ja nicht nichts sein, oder? Irgendwatt will ich. Guck mal, da ist unsere Schulleiterin. Kann ich nicht einfach jetzt sagen? So, moin. Ich möchte nicht mehr zur Schule kommen. Tschüss. Obwohl, soll sie sich offiziell abmelden? Oder soll sie einfach nicht mehr hingehen? Ich meine, wenn sie rausgeschmissen wird, ist sie ja auch wild, oder? Sie erzählt sich jetzt mal selbst eine Geschichte. Sie ist halt unberechenbar und tanzwütig. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr wilde Merkmale. Aber we will see, wie das mit ihr so wird. Hä, bin ich blöd? Anscheinend gibt's hier doch nix. Ich dachte, hier gibt es irgendwo einen Grill. Aber eigentlich geht sie ja gerade ganz happy, ne? Also, sie hasst es jetzt auch nicht. Aber ich denke, dass das jetzt vor allem am Anfang sein wird, dass sie sich so denkt, so, ach, so schlimm ist es gar nicht. Der Regen, aah, ich werde es schon überleben. Ich glaube, spätestens im Winter wird es, glaube ich, schon wild. Wenn sie da noch nichts Vernünftiges hat. We will see. Ich glaube, den Grill kann ich mir abschminken. Oh mein Gott, wie hast du uns denn jetzt schon gefunden? Okay, vielleicht sollte sie gerade nicht nach Hause kommen. Nach Hause? Ich denke, dass Elaine einfach nach ihr sucht und sich gedacht hat, ja, vielleicht ist sie ja hier. Oh mein Gott, sie wurde gerade von einem Blitz getroffen. Aber dass sie halt trotzdem nicht genau weiß, wo sie ist. Aber sie hat die Vermutung, hier in Rwendenberg könnte sie sein. Elaine und Mizuki wohnen in Willow Creek. Aber ja, wir gehen natürlich nicht auf sie zu. Im ersten Part ist immer noch viel so Gerede und noch nicht so viel Getue. Aber das wird sich natürlich dann auch ändern. Oh, guck mal, die Sonne kommt raus. Wie schön. Und sie verpisst sich jetzt auch. Ist vielleicht auch besser. Da ist ein Café. Da ist ein Nachtclub. Da ist eine Bibliothek. Im Nachtclub können wir die Bar halt nehmen. Da können wir uns wenigstens gratis Chips nehmen. Oh mein Gott, ist das nicht sogar die Bar, wo die beiden damals ihren ersten Kuss hatten? Ich habe irgendwie ein bisschen Flashbacks. Gönn dir mal bitte Chips. Oh, guck mal, sie freut sich direkt. Ja, sie mag ja auch tanzen. Sie ist ja tanzwütig. Ich glaube, deswegen geht sie auch gerne hierhin zu dem Nachtclub. Aber der sieht natürlich ein bisschen lame aus. Wenn ihr Lust habt, den zu renovieren, ladet das doch gerne in die Galerie hoch. Dann können wir den ersetzen. So, und dann soll sie einfach mal ein bisschen dancen gehen, weil sie liebt es ja. Es ist halt Sonntagnacht, aber kein Problem. Sie fühlt den Vibe auf jeden Fall. Warum ist sie so kokett? Weil DJ die Menge gespürt hat. Alles klar, Girl. Sie hat natürlich auch erstmal niemanden von ihren Plänen erzählt, ne? Aber ja, ich denke, dass sie morgen dann zur Schule geht erstmal. Und dann da halt dann ja die Schule abbricht. Weil sie dann sich denkt, ja, warum soll ich überhaupt noch hier sein? So, wenn ich jetzt schon versuche, mein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen. So, dann muss ich auch nicht mehr zur Schule gehen, so. Nein, du darfst nicht mit irgendwelchen Leuten reden. Zumindest keine Erwachsenen. Sie kann ja ruhig die ganze Nacht hier durchdancen, ne? Also, oh mein Gott, was macht sie denn hier? Mizuki ist einfach hier. Wie wäre es, wenn wir uns hier oben mal ein bisschen verstecken? Weil wir sind scared, dass sie uns findet. Sie hat uns einfach nicht gesehen, ja. Deswegen verschwinden wir ganz schnell. Natürlich suchen ihre Eltern die ganze Zeit nach ihr, so, ne? Und Mizuki ist ja auch klar, dass sie ein Partygirl ist. So, sie redet jetzt erstmal ein bisschen mit sich selbst. So, weil, ähm, sie möchte sich jetzt natürlich erstmal selbst beschwichtigen, dass das hier richtig ist und gut ist. Und dass sie auf jeden Fall hier auch die richtige Entscheidung getroffen hat. Und deswegen, ja, wird sie jetzt nicht schwach. Und geht natürlich nicht zurück mit ihrer Mom. Aber die chillt hier halt immer noch, ne? This is the problem. Ja, vielleicht düst sie auch einfach ganz schnell ab. Weil sie merkt halt, ihre Mutter geht halt nicht, so. Gehen wir jetzt nach Hause. So, und dann legt sie sich einfach hier auf die Bank. Ein Disco-Nickerchen. Wir haben am Tag 1 18 Simoleons gemacht, ey. Uh! Wir sind einfach reich. Was mit ihm denn, Alter? Huh? What happened? Wow, Disco-Nickerchen bringt ja übel viel. Es ist 2 Uhr nachts und sie so eigentlich ganz happy gerade, ne? Ich wünschte, hier wäre irgendwo ein Grill. Vielleicht übersehe ich ja auch einfach nur was. Hallo! Oh mein Gott. Das hier ist fertig. 246. Ich habe zwar vorhin noch gesagt, üh, das ist ja voll ticken, aber 246 geht noch. Ich finde aber, wenn die so 2000 oder so kosten, dann ist es halt wirklich ein bisschen schwierig. Aber das Geld nehmen wir. Ich meine, damit können wir uns immer noch kein Zelt leisten. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Unternehmerfähigkeit. Ja, alles klar. Die Nachbarn sind aber alle so, was ist mit ihr? Warum ist hier jetzt so ein kleines Girl auf diesem verlassenen, unbewohnten Grundstück? Ich glaube, sie legt sich einfach erstmal noch ein bisschen hin. Ich überlege halt echt, was sie hier mit ihr machen können, ne? Also ich meine, sonst können wir vielleicht wirklich nochmal ein bisschen angeln. Auch wenn ich sie da jetzt eigentlich nicht so krass sehe. Aber so erstmal kann ich mir sie so auch als Influencerin vorstellen. Aber an das Geld kommen wir ja noch gar nicht ran. Also diese Maschine können wir uns ja niemals leisten. Also es wird noch dauern. Im Regenspiel. Vielleicht können wir uns in der Schule noch ein bisschen Essen erschnorren. Oh mein Gott, haben wir hier unten nicht damals auch mit Melody geangelt? Ich habe Flashbacks gerade. Haben wir nicht hier sogar gewohnt? Oder haben wir auch hier gewohnt? Oh mein Gott, wenn ich dasselbe Grundstück genommen habe, ne? Das wäre schon wild. Aber es war halt wirklich nicht bewusst. Egal. Hey, ja, wir gehen gleich erstmal mit zur Schule und dann brechen wir die Highschool ab. Ein Barsch. Ey, sieben Simoleons haben oder nicht haben. Guck mal, hier steht das sogar mit der Kuhpflanze. Aber wir machen das auf jeden Fall. Ich finde das irgendwie cool, dass sie sich so denkt, so ja, so eine Pflanze ist schon cool, oder? Ich möchte... Ja, sie kann sich ja auch einfach grob vorstellen, weil sie hat jetzt ja eh keinen Bock auf irgendwas. So, warum sollte sie sich jetzt noch so vernünftig verhalten? Hm, so Highschool abbrechen. Ja, bist du sicher, dass du die Highschool verlassen möchtest? Ja, bin ich. Amaya hat die Highschool abgebrochen. Sie kann einige Karrieren erst einschlagen, nachdem sie ihr Diplom online erworben hat. Amaya hat es mal wieder verbockt. Wie soll sie es ihren Eltern beibringen? Sie werden traurig sein. Es tut Amaya bereits weh, wenn sie sich nur die enttäuschten Gesichter ihrer Eltern vorstellt. Hm, sie hat halt wahrscheinlich jetzt diese Angst, weil so die Direktorin wird natürlich das dann auch den Eltern irgendwie erzählen, so. Und dann werden die natürlich noch heilhöriger und werden natürlich noch mehr nach ihr suchen. Und davor hat sie Angst, weil letztendlich, wenn sie denen jetzt nochmal so richtig vor die Augen treten würde, so sie würde halt übel Stress kriegen, weil von zu Hause weglaufen, dann die Schule abbrechen und so, sind natürlich alle Sachen schwierig. So interpretiere ich das jetzt gerade. So Amaya hat die Highschool abgebrochen. Bin ich gut genug? Ja, also ich meine, an sich mag sie ihre Eltern ja schon, aber so dieses Streitgespräch, das war ja halt einfach zu viel. Und deswegen, ja, hofft sie jetzt einfach, dass das Leben, was sie sich gewünscht hat, schnell eintritt. Also, ich denke, sie kann sich trotzdem hier was zu essen bestellen. Kostet zwar Simoleons, aber zwei Simoleons kriegen wir wohl hin. Wir essen mal so einen Tortilla-Hotdog. Jeremy ist nicht zufällig hier. Nee, der hat gar nichts davon mitbekommen anscheinend. Wäre ja auch interessant gewesen, ne? Aber der weiß dann ja wahrscheinlich auch nichts von dem, was sie hier so alles vorhat und so. Jetzt gerade fühlt sie sich natürlich ein bisschen schlecht. Mal gucken, ob das halt lange anhält. Sie redet mit Savannah. Vielleicht hat sie das ja mitbekommen, das Gespräch. Aber sie kann natürlich da auch nichts mehr richten, ne? Aber, my girl, du kannst auf jeden Fall noch die Duschen benutzen. Wenn wir jetzt eh schon hier sind. Ich meine, die Schüler wissen das ja jetzt noch nicht so alle, ne? Dass sie hier eigentlich gar nicht mehr hingehört. Von daher kann sie ja schon nochmal hier duschen. Dann kann sie vielleicht auch nochmal pinkeln. Mizuki ruft an. Aber girl, ich habe mein Telefon auf silent. Ich mache, glaube ich, das mit den NAP für diesen Spielstand aus. Also, der Fußabdruck mal wegen, aber das mit denen machen wir mal aus. So, und jetzt geht sie erstmal wieder zurück. Okay. So fühlt sie sich auch, glaube ich. Oh, mein Gott. Elaine versucht es auch immer wieder, ne? Ich meine, jetzt muss sie sie ja auch gesehen haben, ne? Vielleicht verlangt sie auch einfach Unabhängigkeit. Und dann streiten sie nochmal über die Hausregeln. Dann sagt sie so, ja, es ist doch sowieso nur wegen euch und so. Es ist doch gar nicht meine Schuld. Ihr müsst doch auch verstehen, dass ich ein bisschen mehr Freiheit haben will, bla bla. So, dann geht sie einfach. So, Elaine weiß dann zwar Bescheid, dass sie sich hier aufhält, aber Amaya hofft einfach, dass sie sich dann nicht nochmal melden wird. Sie sagt dann so halt so, ja, hört auf, nach mir zu suchen. Ich werde eh nicht mit nach Hause kommen und so. The tea is hot. Sie ist der Meinung, der Streit, dass sie den gewonnen hat. Eigentlich haben die vor allem fühlsorgliche Familiendynamik. Deswegen fühlt sie sich gerade kurz gut, aber ich glaube nicht, dass diese Dynamik gerade noch so fühlsorglich ist. Also ich meine, von Elanes Seite auf jeden Fall, aber Amaya nimmt das halt nicht so wahr. Und sie hat diese Stimmung völlig selbstständig, weil unabhängig ist. Ich kann alles selbst und ganz ohne Hilfe. Und das passt ja mal perfekt hier rein. Und hier hat das Essen geschmeckt. Das freut mich sehr. Jetzt fühlt sie sich unwohl. Dass sie immer mit sich selbst redet, ne? Was ist das eigentlich für ein Laden hier? Uh, Kiesepizza. Hier ist auch nirgendwo Müll, weil Müll wühlen würde ich auch tun. Wir haben halt legit noch nichts erreicht in diesem Video, ne? So ist das mit einem neuen Let's Play. Elaine ruft auch nochmal an. Sie ist so, ich möchte mit dir auf der Straße leben. Definitiv nicht. Sie hat halt auch die Schnauze voll davon, ne? Weil sie ist ja einfach der Meinung, sie kann das schon alleine. Kriegt das schon hin. So schlimm wird es nicht werden. Ich meine, die erste Nacht hat sie ja auch überlebt. Ist ja nicht, als wäre hier alles schlecht. Vielleicht, ich weiß nicht, was genau bringt das, wenn man die Münze hier einwirft. Aber sie kann ja einfach mal eine Münze einwerfen, weil vielleicht ist sie ein bisschen abergläubisch. Oh mein Gott, Girl, wie süß sieht das aus. So, und vielleicht hat sie sich jetzt einfach gewünscht, dass das alles klappt und hier und da. Eine Münze für Glück und Erfolg. Süß. Kann sie sich aufhören, unwohl zu fühlen? Wir wollen Geld. Sie verbringt einfach ihr ganzes Leben, gerade am Handy, ne? No Hobbies. Ich meine, man kann ja theoretisch sagen, dass sie ihr Handy auflädt, wenn sie dann in einer Bar oder so ein Scheiß ist. Ist ja jetzt auch nicht unrealistisch, dass man sich da eine Steckdose grabben kann. Sie ist ja auch noch traurig, weil sie so einsam ist. Das ist ein einziges Problem gerade, ey. Sie kann ja mal in die Bibliothek gehen. Ich meine, das ist ja als eigentlich wahrscheinlich nicht so ihr Vibe. Aber dort denkt sie halt, da wird sie dann vielleicht auch nicht so schnell gefunden. Generell diese ganzen Windenburg-Grundstücke, wenn ihr Lust habt, die in irgendeiner Form umzubauen, ladet sie gerne in die Galerie hoch. Ich freue mich darüber, wenn wir hier ein bisschen was austauschen können. Aber nur, wenn ihr Lust habt. Hier ist einfach kein Mensch. Wer ist das? Mackenzie Osborne. Aber sie ist auch eine junge Erwachsene, mit der dürfen wir auch nichts zu tun haben. Vielleicht denkt sie ja... Ja, vielleicht blockt sie mal über ihre Gefühle, wenn hier schon so PCs sind und so. Und dann vielleicht chattet sie mit Jeremy. Ich kann mir mit ihr auch vorstellen, dass sie Sozialhase benutzt. Aber das Ding ist, man kann Jeremy nicht hinzufügen. Nur weil die sich hassen. Aber guck mal, die freuten sich dadurch ja sogar ein bisschen an. Sie ist so... Du dachtest wohl, ich finde dich nicht. Können die sich bitte hier weggehen? Ja, aber vielleicht fühlt sie sich auch einfach krass eingeengt, weil sie ununterbrochen sie jetzt halt ersuchen und so. Also, das macht es jetzt ja auch wirklich nicht besser. Vielleicht sollten sie sie ja wirklich einfach mal ein bisschen machen lassen. Ich habe ja schon Schlimmeres gesehen, wo man sich aufhalten kann. Und ich meine, in Windenburg ist es ja, glaube ich, eigentlich relativ sicher, würde ich sagen. Jetzt redet sie schon hier mit einem Kind. Mäh! Wenn wir das hier reinmachen... Wir können da drin wühlen! Ja! Oh mein Gott, Elaine! Ein Farbstoff. Ey, 10 Samoneons. Haben oder nicht haben? Das war es dann auch schon wieder. Können wir das jetzt weiter? Also, unendlich so weitermachen? Vielleicht nicht unendlich, aber... Was für eine Abstimmung! Ich habe das doch ausgestellt! Egal, dann lösche ich das gleich einfach oder so. Okay, man kriegt da jetzt aber nichts mehr raus. Dann tue es einfach zurück. Und dann geht sie jetzt nochmal in den Nachtclub. Vielleicht hat sie Jeremy das ja auch gebeichert, dass sie jetzt so weggelaufen ist. Und vielleicht... Das soll ja auch so ein bisschen so ein Rebell sein. Vielleicht fand er das ja auch hot. Und denkt sich so, vielleicht ist sie ja doch gar nicht so scheiße. Ich meine, die hatten ja jetzt auch schon hart was miteinander. Also... Mizuki! Ich will doch nur was essen. Was redet die mit diesem Mixer? Das ist voll illegal. Dann dance lieber. Oh mein Gott! Mizuki! Diese Eltern sind echt aufdringlich. Ist das... Alle zwei Sekunden die Gabu, sie ist überall tauchen sie auf. Hau auf mit Erwachsenen zu plaudern. Teenager, das wäre mal was. Uh! Luna Villareal. Hallo! Freunde? Könnt ihr mal ein bisschen miteinander reden? Wir finden aber, sie ist unreif. Egal, vielleicht ist das ja nur der erste Eindruck und es ist alles besser, als wir denken. Ach so, die freuen sich jetzt alle, weil hier ein Star ist. Super! Ja, aber sie muss ja auch nicht direkt was erzählen hier, von wegen, dass sie hier auf der Straße wohnt. Hier über Eltern beschweren. Das finde ich, ist sehr passend. Hier, Luna können wir jetzt hinzufügen. Cool. Dann können wir über eine Reise posten. Müde ins Bett zu fallen. Du hast kein Bett, Girl. Behaupten, dass Luna ein Alien ist? Ich glaube nicht. Die ist ja bei Die Idole. Kann man da einfach für Einladung bewerben. Hey Amaya, ich höre dir, du bist an einem Beitritt in die Gruppe, die Idole interessiert. Komm und häng mit uns ab. Wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, kannst du dich dafür bewerben, der Gruppe beizutreten. Die wollen schwimmen gehen. Ja, let's go! So, ich denke, sie macht das jetzt einfach, damit sie so ein bisschen Anschluss behält. Weil sie ist ja trotzdem so ein stylisches Girl und so. Und ich denke, dass es ihr auch wichtig ist. So, und dann Hi. Okay, wir haben uns mit allen schon so kurz unterhalten anscheinend. Also, wir haben auf jeden Fall überall schon eine Bar. Ja, das ist ja schon mal nice. Kann ja mal mit jedem hier ein bisschen quatschen. Er mag keine Kinder. Okay. Was haben die hier für? Probieren anscheinend irgendwelche Kleidung an. Vielleicht sollte sie dann auch ihre Schwimmkleidung anziehen, wenn alle in Schwimmkleidung sind. Warum kann sie nicht mit denen reden? Darf man da nicht rein? Aber das hier ist so ein Gruppendings, ne? Das ist richtig un... Richtig asozial ist das. So, er kommt immer wieder raus wenigstens. Aber das war es halt auch irgendwie. Ja, vielleicht fragen wir nochmal einfach, ob wir beitreten dürfen. Ich glaube, das findet er nicht so gut. Du passt nicht zu uns. Schade. Ja, dann geh einfach nach Hause. Obwohl nach Hause ein schwieriges Wort ist. Zeit für Nickerchen. Aber Disco-Nickerchen bringt echt krass viel. Jetzt hat sie schon wieder Hunger. Ich weiß halt auch nicht, ob man hier irgendwo Sachen finden kann. Wir können ja mal dahin gehen. Sie isst auf jeden Fall erstmal was. Das ist sehr wichtig. Und dann gucken wir vielleicht Spawn-Tier irgendwas. I don't know. Jetzt solltest du aber nicht mehr in deiner Schwimmkleidung rumlaufen. Sie hasst öffentliche Toiletten anscheinend. Und sie mag Alternative auch nicht. Es ist nicht ihr Tag, würde ich sagen. Oh, aber jetzt fühlt sie sich besser. Ich meine, so ein öffentliches Klo ist immer noch besser als ein Busch, oder? Ein Frosch! Was ist das denn hier? Das ist aber auch irgendwie schon alles, was ich finde. Super. Ein Frosch haben wir. Wow, der Frosch bringt 10 Simodians. Crazy. Bin einfach reich. Hier sind noch Sträucher, aber die sind alle unbewachsen. Das bringt mir alles gar nichts. Wenn ihr eine Idee habt, wie wir irgendwie Geld verdienen können, dann schreibt es mir bitte. Ich hätte schon gerne mein Zelt. Dann sieht es zumindest schon ein bisschen wohnlicher aus. Aber ja, ich denke, dass wir dann hier an der Stelle auch schon den ersten Part beenden. Ich weiß, es ist nicht so viel passiert. Aber das hier wird auch halt ein Storytelling-Let's Play, I guess. Generell bei allen Ideen und was auch immer. Meldet euch zu Wort. Kann alles hier mit einfließen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss! Bis dahin und Tschüss!